Und am meisten zum ersten Vorbericht für die Saison 20, 22, 20, 23. Es geht wieder los. Wir starten in den Pokal. Wir starten rein mit der ersten Überschrift, in Anführungszeichen, wie ihr es aus der letzten Saison ja noch gewohnt seid. Auslosung. Am 29. Mai wurde ausgelost. Am 15. Juni dann die genaue zeitliche Ansetzung für das Spiel. Wie bekannt, Freitag, 29. Juli, 18 Uhr. Heimrecht für Dynamo Dresden. Und wir hatten ja die Auslosung zusammen gestreamt. Wir hatten die Reaction zusammen gestreamt. Und das war das erste Team, wo ein bisschen die Reaktion war von, oh bitte nicht. Weil zuerst wurde der Dresden gezogen, danach wir. War so, bitte nicht jetzt wir. Und dann kam es. Das ist die nächste ewige Auswärtsreise für die VfB-Fans. Weit entfernt halt wieder mit Dresden. Wenn man sich das auch die letzten Jahre anschaut, keine Ahnung, wann wir das nächste Mal irgendwann wieder eine akzeptable erste Runde haben, was die Entfernung angeht. Aber eben auch vor allem nach dieser Lostopf-Regelung mit das schwerste Los, muss man einfach sagen. Weil der zweite Lostopf, in dem wir die Mannschaften mit Heimrecht sind, also auch Dresden, ist ab Platz 15 der zweiten Liga eben aus der Tabelle oder Endtabelle der letzten Saison raus. Das heißt, du hast Regensburg auf 15, danach kam ja schon Dresden auf 16, ist in der Reaktion abgestiegen gegen Kaiserslautern. Und Dresden ist eben da auch der Hexenkessel. Jetzt auch im Vergleich zu Regensburg zum Beispiel. In der dritten Liga logischerweise, was dann drunter noch kommt, was auch im zweiten Lostopf ist, natürlich noch Magdeburg, Braunschweig, 1860, auch Kaiserslautern. Klar, auch schwere Klubs, aber ist mit Sicherheit von der Gesamtsituation her mit das schwerste Los, was du in der ersten Runde kriegen kannst. Dynamo Dresden, der Klub selbst. Sportgemeinschaft Dynamo Dresden ist der ganze Name. Groß-Traditionsverein ist, glaube ich, bekannt. Pendeln zwischen der zweiten und dritten Liga aktuell bis hin und her. 19, 20 durchaus auch mit den Corona-Spielen und gefühlt fünf Spiele in zehn Tagen und so. Auch durchaus fiese Umstände von der DFL aus, vom Spielplan her, abgestiegen in die dritte Liga. Dann direkter Wiederaufstieg und eben jetzt letzte Saison direkter Wiederabstieg auch über Relegation gegen Lautern. Dadurch nun wieder Drittligist, die Dresdner. Neuer Trainer ist Markus Anfang, bekommt er auch seinen Neuanfang, war jetzt ein total ungewolltes Wortspiel, aber passt am besten eben nach seiner Impfpass-Thematik, der Impfpass-Fälschung. Saisonstart war eine wilde 3 zu 4 Heimpleite gegen 1860 München. Vorbereitung davor war so ein bisschen durchwachsen. Nun eben Pokal gegen uns, ein Heimspiel. Stimmung, und die muss angesprochen werden, weil Stimmung im Rudolf-Habik-Stadion, die wird heftig werden. Man kann sich an die Regulationsspiele erinnern. Klar, ich habe es auch nur über den TV gesehen, aber die Spiele gegen Lautern, natürlich auch in Lautern, aber auch in Dresden, waren von Stimmung her richtig, richtig heftig. Es passen über 32.000 Zuschauer ins Stadion und die Dresdner Ultras sind natürlich bekannt für ihre Stimmung. Da werden die VfB-Fans schon gucken müssen und werden das natürlich auch tun, da mitzuhalten auf den Rängen, stimmungstechnisch. Stimmungstechnisch. Dresden hat auch zum Spiel ein Motto ausgerufen, alle in Gelb gegen Stuttgart. Ticketverkauf, weil das war so ein bisschen eine Saga für sich. Der hat sich gezogen, scheinbar von Dresdner Seite aus. Da gab es ewig keine Infos auf der VfB-Auswärts-Spielseite quasi. Acht Tage dann, ab acht Tagen vorm Spiel gab es dann die Karten. Ging auch gut weg. Ich kann es nicht mehr einsehen gerade, weil der Online-Verkauf mittlerweile beendet ist. Steher waren scheinbar 19 Euro, sitzt fast 24 Euro, also ist glaube ich auch recht fair. Und eben nach der 10%-Regel für die Auswärts-Fans dürfte der VfB so um die 3.000 Fans in Dresden am Start haben. Seit heute früh um 10 gibt es den freien Verkauf bei Dynamo Dresden im Ticketshop, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ich gehe einfach mal von einer guten, guten Auslastung aus von der ersten Pokalrunde gegen 18,60. Mal um den Vergleich zu ziehen, eben beim ersten Drittliga-Heimspielers 3 zu 4 waren es über 24.000 Zuschauer. Statistik, da bin ich ja mal ein Fan von. Ich greife gerne ein paar Statistiken auf. Natürlich meistens und wir auch hier jetzt wieder eben einfach die direkten Duelle gegen Dresden. Wettbewerbsübergreifend 16 Spiele, 6 Siege, 7 Unschieden, 3 Niederlagen. Sieht ganz gut aus, aber diese 3 Niederlagen waren eben in Dresden. So, das waren 8 Spiele, 3 Niederlagen, 4 Unschieden und 1 Sieg in Dresden. Also das direkte Duell Heimrecht für Dresden. Ganz interessant hier, wir hatten 2 K.O.-Rundenpartien, Duelle im UEFA Cup, also der damaligen Europa League quasi, gegen Dresden. 1979 in der zweiten Runde und 1989 im Halbfinale. Beide Male kamen wir weiter und um das Ding nochmal kurz weiter zu spinnen, 1989 war die Saison, wo wir dann auch ins Finale kamen dann, war ja Halbfinale, und das dann gegen Neapel um Diego Armando Maradona verloren haben. Das ist für viele VfB-Fans legendäres Spiel, ich noch nicht auf der Welt gewesen, klare Geschichte, aber durchaus eins der größten Spieler der VfB-Historie. Und Spiele gegen Dresden, ja, durchaus selten, einfach wegen den verschiedenen Ligen. Da sieht man die großen Abstände jetzt in den letzten Partien, wir hatten 0 zu 2 Sieg, 2, 20 für uns in unserem Aufstiegsjahr, während eben Corona auch war, also keine Zuschauer im Stadion in Dresden. 2, 16, diese 5 zu 0 Pleite in Dresden und davor das letzte Spiel gegen Dresden oder in Dresden gewesen, eben erst 1995. 1995. Pokal-Historie, weil das ist natürlich interessant, schauen wir drauf. Das beste Pokal-Ergebnis für Donalbo Dresden war das Halbfinale, 1993, 1994, seitdem zweimal bis in den Abfinale gekommen, 14, 15 da am BVB gescheitert, zuletzt sonst immer maximal zweite Runde, da sind die Dresdner bestimmt auf Besserung aus. Wir konnten den DFB-Pokal dreimal gewinnen, zweimal in den 50ern, also 43, 54 und 57, 58 und zuletzt eben 96, 97 gegen Energie Cottbus, nur die 6 und 7 im Finale verloren gegen Nürnberg und 12, 13 gegen die Bayern verloren im Finale, da war ich tatsächlich auch im Stadion. Seither nur einmal immerhin Viertelfinale gewesen, das war 15, 16 gegen BVB, da natürlich auch gerade ausgeschieden gewesen. Sonst war es bei uns auch das höchste der Gefühle eben mal ein Achtelfinale. Also da sind wir auch klar auf Besserung aus und was von heute noch kam vom Kicker, es gibt so viel Kohle wie noch nie, also es lohnt sich auch finanziell im Pokal weit zu kommen. Transfers, schauen wir uns noch ein paar Transfers an, zugegenermaßen das schwierig zu bewerten bei Dresden, das wird der unsigesten, dann wahrscheinlich ein bisschen einfacher werden bei mir, wenn ich es mit in den Infobereich reinnehme oder auf jeden Fall eine Saisonprognose mit drin haben, wer die nächste Woche dann kommt. Letzte Saison hatten wir noch Adonis vorliehen nach Dresden, das ist jetzt auch wieder vorbei, kam zu uns zurück, war nicht so ganz erfolgreich, auch in Sachen Spielzeit nicht ganz. Geld wurde eingenommen für Daff Ferner, der ist zu Nürnberg und wahrscheinlich damit das härteste, das Talent Königsdorfer ist zum HSV. Zugang interessant ist der Trillaccia, wenn man so ausspricht, an dem waren wir auch dran, der Scheiber, den ist der erste Keeper zu sein. Von BVB 2 kam der, dazu Kutschke geholt, Melitschenko geholt, Schäffler geholt und Meier. Und klar, als Absteiger bist du einfach ein Aufstiegskandidat, ein Aufstiegsfavorit in dieser dritten Liga. Bei uns ist er das meiste bekannt, deswegen hier die nur noch Gerüchte quasi, Mangala wird wohl fest zu Nottingham Forest wechseln und Bayer ist eben per Laie nach Magdeburg. Hier dann die genaueren Infos in einem Extra-Video. Bayer ist nun auch zum heutigen Stand auch schon offiziell geworden. Aufstellung oder auch Kader? Wir werben so einen kurzen Blick auf beides quasi. Die Transferperiode läuft dann noch bis zum 1. September. So sieht es gerade aus, eine kleine Aufstellungsprognose auch nach den Testspielen. PK ist zum letzten Stand noch nicht passiert, also kann man das nicht mit reinnehmen, was da eben auch in Sachen Personal passiert. Wir haben alle Testspiele gewonnen, 5 von 5 gewonnen. Zuletzt das 5 zu 2 gegen Valencia, die offizielle Saisoneröffnung quasi in der Mercedes-Benz Arena. Klar ist, dass Mangala keine Option mehr sein wird. So ist er auch nicht, da der bisher nur individuell trainiert, ist noch angeschlagen. Auch Kalajcic hieß es jetzt, Knöchelprobleme. Mal schauen. Auch schon deswegen vor allem orientiert an Valencia. Müller im Tor. Außer du machst halt sowas wie Pokalkeeper mit Bredlow. Sehe ich aber irgendwie tatsächlich nicht, auch aus der Vorbereitung nicht. Trauerkette ist klar. Dinos, Anton und Ito. Davor dann eben die Flügel. Natürlich auf rechts alternativlos eigentlich quasi gesetzt. Durch eben auch den Top-Transfer bisher mit Wagnumann. Silas gegen Valencia war links dann. Czujinov war aber extrem, extrem stark nach der Einwechslung gegen Valencia. Den sehe ich dann durchaus auch gegen Dresden. Kulibali ist ja verletzt, deswegen stellt sich mehr oder minder von selber auf aktuell. Wäre auch ein Statement bei Darko mit den Wechselgerüchten, dass sie sagen, ey, nee, nichts gibt's. Wir planen mit dem Startelf. Los geht's. Im Zentrum Endo und Ahamada auch recht gesetzt. Davor Führig. Und dann ist eben die Frage, wird Kalajcic fit vorne? Nimmst du hier vielleicht auch mit, dass du ihn hier eben schonen könntest für vielleicht doch noch einen Abgang in diesem Sommer. Und ihm da ein bisschen auf die Bremse trittst. Deswegen vorne der neue Doppelsturm in Anführungszeichen. Ganz klar Tomasch. Und daneben vermutlich Silas. Man könnte auch mit Perea rechnen. Der hätte zumindest auch noch die Möglichkeit, sonst ja auch Castanaras vorne verletzt. Also wie gesagt, es stellt sich mehr oder minder von selber auf. Ich nehme mal Silas. Ja, Chancen hat noch Mio. Chancen hat vielleicht auch einen Eckloff. Vielleicht auch noch der ein oder andere, der ein paar Einsatzseiten bekommen hat. Sehe ich aber alles nicht in der Startelf. Fun Fact hier. Kohl. Auch wenn er fit ist, er dürfte nicht. Weil die rote Karte sich meines Wissens eben aus der Liga auch in den Pokal überträgt. Und da hat er noch Sperre abzusitzen von seinem Foul gegen Sandhausen. Oder ja, in Sandhausen gegen Schalke. So rum auf seiner Leihbasis letzte Saison. Also das ist auf jeden Fall eine brachiale Mannschaft. Gerade offensiv, Tempo. Ich habe Bock. Und zu letztem natürlich die Prognose. Wie angesprochen, es wird eine heftige Stimmung. Das wird nicht einfach dort vor Ort zu bestehen. Nichtsdestotrotz, du musst halt hier weiterkommen. Du bist Erstligist gegen Drittligisten. Das ist halt schlicht und ergreifend eine Pflichtaufgabe. Egal wie schwer es damit Stimmung und so weiter werden könnte. Jetzt entschieden wir 18-19 aus. Ja, gegen Rostock in der ersten Runde. Auch Dresden hat 18-19 das letzte Mal ein Erstrundenhaus hinnehmen müssen. Brisant ist hier, dass Dresden nun schon seit Saisonübergreifend 20 Pflichtspielen, also seit der Regulation mit rein. Und eben auch das 3 zu viel gegen 1860 München ohne Sieg ist. Das will keiner hören. Aber hoffentlich ist der VfB dann nicht der Depp, bei dem eben diese Serie wieder bricht. Ich glaube es nicht. Wird nicht einfach wie gesagt. Aber komm, 1 zu 3. Wir ziehen in die nächste Runde ein. Einige von euch sind vor Ort. Ich habe schon einige DMs bekommen. Ob ich auch vor Ort bin? Nee. Aber es wird einen Reaction-Stream geben. Ganz klare Geschichte. Und damit war es das mit dem Vorbericht. Freitagabend geht es los. Die Saison startet offiziell mit dem ersten Pflichtspiel. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Alle, die neu im Start sind, lasst gerne das kostenlose Abo da. Bedankt fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.